Angesichts der verstärkten Spannungen im Konflikt mit Nordkorea treiben die USA den Aufbau einer Raketenabwehr in Südkorea voran. Am Mittwochmorgen kamen die ersten Container mit Bauteilen des modernen Waffensystems vom Typ Fade im Süden des Landes an. Es solle Ende des Jahres einsatzbereit sein. Die USA hatten die Stationierung als Reaktion auf die vermehrten Raketentests Nordkoreas im vorigen Sommer noch unter Präsident Barack Obama beschlossen. Bei der Ankunft der Bauteile kam es zu Protesten. Demonstranten warfen Wasserflaschen auf die Container. Mehr als zehn Menschen sollen bei den Auseinandersetzungen verletzt worden sein. Erste Teile des Waffensystems waren bereits Anfang März nach Südkorea gebracht worden. China hatte kritisiert, die Stationierung zerstöre das Sicherheitsgleichgewicht in der Region.